Willkommen bei Hunter Matze TV. Ja, meine lieben Freunde, ist denn schon Weihnachten? Ich war heute richtig überrascht, als der Postbote geklingelt hat bei mir. Beziehungsweise hat er mich ja telefonisch benachrichtigt, weil wir privat befreundet sind. Die Firma Stahlwerk hat mir eine Überraschung zukommen lassen. Ich wusste, dass sie kommt. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass sie so schnell da ist. Als kleines Dankeschön für die Zusammenarbeit. Ja, und ich habe hier zwar schon mal aufgemacht, aber noch nicht reingeguckt und das werde ich jetzt heute mit euch gleich zusammen machen. So, gucken wir mal. Schauen wir mal rein. Denn wie ihr wisst, hat die Firma Stahlwerk mir ein MIG-Gerät zur Verfügung gestellt, also ein Schweißgerät, was MIG und MAC schweißen kann. Und das haben sie mir kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich meine Projekte damit realisieren kann, die ich im Kopf habe und vorher habe. Und habe damit natürlich dies Jahr auch schon einiges umgesetzt an Projekten. So. Aber alle Filmen arbeiten noch gar nicht zusammengeschnitten, weil das ganz schön viel Zeit in Anspruch nimmt. Also die Verpackung ist ja schon mal genial. Richtig edel, wenn ich das hier mit Magnete zum zumachen. Schauen wir mal rein hier. Oh, sehr schön. Eine Stahlwerkmütze. Na, da kann es mir nie kalt werden in der Werkstatt. Das ist doch hervorragend. Das freut mich schon mal sehr. So, gucken wir mal weiter, was es hier schönes gibt. Schlüsselanhänger. Davon kann man nie genug haben. Die Dinger verbrauche ich auch komischerweise ohne Ende. Ich hoffe, der Stahlwerkanhänger hält länger. Die meisten gehen ja immer entweder hier oder hier kaputt. So, gucken wir mal weiter rein. Oh, noch ein Schlüsselanhänger. Sehr schön. Ein etwas kleinerer. Mit edlem Lederraumband. Sehr schön. Ich lasse das gleich mal so offen. So, das kenne ich definitiv. Davon habe ich schon eine zu Hause. Leider nicht von der Firma Stahlwerk. Aber die Schüsseln, die sind echt nützlich. Diese Magnetschüsseln, wenn man da arbeitet. Gerade, wenn man draußen am Auto arbeitet, wo Gras ist oder so. Echt top. Kann ich nur weiterempfehlen. Was haben wir hier schönes? Oh, hier fällt. Ah, das erkläre ich euch gleich noch. Ja, hier haben wir ein Armband. Markenqualität für Profis. Ah, also ein Magnetarmband. Das kann man sich ums Handgelenk machen und die Schrauben und die Bits dran machen. Sehr nice. Super. Gefällt mir. Kann man definitiv viel brauchen. Gerade, wenn man dann gewisse Tätigkeiten an der Decke oder auf dem Dach vielleicht macht oder im Boot. Das Teil möchte ich nicht mehr missen. Das habe ich schon mit dem Schweißgerät mit dazu bekommen. Das ist so ein Multitool. Echt genial. Flaschenöffner, Bits, also hier Schraubenzieherfunktion, Mutterfunktion, kleines Messerchen, um irgendwas zu cutten. Also das Teil hat mich dieses Jahr schon mehr als nur einmal aus einer schwierigen Situation befreit, wo ich gerade kein Taschenmesser und keinen Schraubenzieher oder keinen Schlüssel in der Hand hatte. Das sollte eigentlich jeder in der Tasche haben. So, gucken wir mal. Aufkleber, sehr schön. Einmal Weiß und einmal Schwarz. Genial. Ich stehe immer auf Weiß. Weiß ist ja so eigentlich meine Farbe. Dann haben wir hier noch zwei schöne Energydrinks. Die werde ich mal heute Abend schön genießen. Ich weiß ja, dass von Jan die Information, die Dinger schmecken gut. Stahlschmiede Jan kennt bestimmt jeder den YouTube-Kanal. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Sieht interessant aus. Oh, eine Tasse. Eine schöne Stahlwerktasse. Die sieht aber edel aus. Schön schön. Also, da kann jeder morgen in der Werkstatt richtig gut beginnen mit einer Tasse Kaffee. Sieht gut aus. Ist matt. Nicht hochglänzend. Gefällt mir. Wird gleich morgen ausprobiert. So, was haben wir hier? Eine Kette, so wie das aussieht. Eine Stahlwerk-Kette. Im Design, wie die US Army ihre Plaketten für ihre Soldaten haben. Tja, dann würde ich mal gleich behaupten, die trage ich mit Stolz und gehöre dann zur Stahlwerk-Armee. Gefällt mir. Super. Dankeschön. So, dann gucken wir, was hier noch so schönes drin ist. Das fühlt sich an wie Gummibärchen. Ich denke mal, das werden Stahlwerk-Gummibärchen sein. Aber was Süßes braucht man ja auch zwischendurch, um Energie zu tanken. Einen wunderschönen Kugelschreiber. Sehr schön. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier noch ein schwarzes Buch. Gucken, was das Schönes ist hier. Also, die Firma Stahlwerk gibt sich echt immer Mühe mit dem, was die alles so machen hier. Gerade so diese Verpackung und alles drumherum, das ist wirklich sehr schön gestaltet. Das ist ein Katalog. Ein Komplettkatalog der Firma Stahlwerk, was die alles so schönes anbieten. An Geräte. Sehr schön. Und wenn ich mir heute Abend dann mal als abendliche Bettlektüre angucken und mal schauen, was man noch so alles schönes gebrauchen kann. So zwei, drei Sachen habe ich ja schon auf der Wunschliste. Wie zum Beispiel den Akkuschrauber und die Akku Flex. Mal gucken, wann ich mir die leisten kann. Brauche ich definitiv noch. So, na da. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Firma Stahlwerk für das schöne Geschenk, passend zur Weihnachtszeit und freue mich auf die weitere Zeit mit euch. Bis dahin. Tschüss. Bleibt gesund.